Ich habe den Hatern zugehört neulich, als ich mal die Gelegenheit dazu hatte, in deren Telegram-Stream zu sein, wo sie sich miteinander unterhalten haben. Alter, was ist denn für ein Bullshit-Labern? Was ist denn für ein Bullshit-Labern? Der fliegt sich momentan voll die Eier in seinem Auto ab. What the fuck? Mein Auto ist besser gedämmt, als es in meinem Haus war. Wacht mal, könnt ihr jetzt mal Autofahren davon? Oder was ist denn das für den Kindergarten hier?